In dieser finalen Folge sammeln Itoku und ich die letzten verbleibenden Artefakte von The Center ein und bekämpfen endlich den Boss. Allerdings sind es zwei Bosse. Schaffen wir es, die Map endlich zu bezwingen? Drückt uns die Daumen und subscribe to me, come on. Wir starteten die Aufnahme direkt mit einem Problem. Itoku konnte nicht joinen. Ich joinen. Ah, Content fail to load. Ich starte mal mein PC neu. Well, wenn das nicht funktioniert, ist es ein bisschen blöd. Ich hoffe, es läuft gut, aber Arke ist halt Arke und macht Probleme, wie immer. Und ihr Spechte wundert euch, warum ich dann ab und zu mein Minecraft-Video droppe. Und während Itoku sein PC neu startete, hatte ich genug Zeit, um meinen Tisch aufzubauen. Denn der Sponsor des heutigen Videos ist Flexispot. Einige von euch wissen es schon, aber ich habe einen höhenverstellbaren Schreibtisch. Ich sag's. Ja, mein Tisch, Alter. Er geht von alleine runter. Diesen Tisch habe ich von einer vergangenen Kooperation mit Flexispot. Und es klingt vielleicht komisch, aber ich liebe ihn und ich will nicht mehr ohne. Falls ihr euch einen Tisch holen wollt, den ihr nie wieder austauschen werdet, schaut mal in den Link oben in der Videobeschreibung. Denn das ist der Tisch, den mir Flexispot dieses Mal zugeschickt hat. Höhenverstellbar und eine Belastbarkeit von 160 Kilogramm. Da zwei von diesen Tischen in meiner kleinen Wohnung aber Verschwendung wären, habe ich diesen hier einen Freund geschenkt. Weil sein alter Schreibtisch war halt nicht so wirklich ein Schreibtisch, sondern eher so eine Art Ruine. Du hättest den alten Tisch stehen sollen, Alter. Als wir den genommen haben, um ihn aus dem Zimmer rauszutragen, ist er einfach in drei ausgefallen. Mach den. Wie? Ich stütze mich gerade an. Und jetzt zeig mir deinen Sch***. Und in dem Link darunter findet ihr übrigens noch andere Produkte von Flexispot in den Amazon-Online-Shop von Flexispot. Ich ziehe das gerade verkehrt rum an. Ich habe manchmal ein bisschen... Schick mir beim nächsten Mal mal gerne das höhenverstellbare Lattenrost zu. Weil ich schlafe seit einem Jahr auf der Couch. Eigentlich ist es schon die dritte Couch. Jedenfalls danke für die Kooperation mit euch zusammen. Jedes Mal wieder. Und es wäre nicht arg so schlimm, wie ihr mir das Bett nicht zuschicken würdet. Arg so schlimm. Arg. Das Video. User joined your channel. Welcome back. Ich gucke gerade schon, ob ich den Entrance finde von der ersten. Der will hier ein Glas laden, aber der fehlt die ganze Zeit. Irgendwas passt da nicht. Ich benannte den Phönix Pirikito und kehrte vorerst zur Base zurück. Wo ich offline ging, bis Arg endlich seine Bugs fixt. Mann. Ein paar Tage später hat es aber funktioniert. Junge. Was geht hier ab? Warum jedes Mal, wenn ich mich einlogge, drehen die Viecher hier durch, Alter? Boah. Kommt mal bitte hier. Loading kann es denn funktionieren. Yes. Kann sein, dass Viecher auf dich draufstehen. Oder? Ich glaube, du liegst, glaube ich, mittendrin. Ja. Ich glaube, du liegst... Kommst du da irgendwie raus? Die Tür hat auf jeden Fall schon mal neben die geschissen. Bevor ich raus aus der Arbeit bin, haben wir einen Typen erwischt, der geklaut hat. Schon wieder mit so einem Koffer frei? Nein, nein, nein. Also eigentlich so stupid, ne? Leute, klauen lohnt mich. Wir haben in der Kamera gesehen, wie der eine Packung Glühbirnen aufgerissen hat. Und dann die Glühbirne mitnehmen wollte. Die hätte 8,99 gekostet. Und jetzt, da er erwischt wurde, wie viel muss er zahlen? Er musste das Ding kaufen, weil er die Packung aufgerissen hat. Für 8,99. Und dann kriegt er jetzt noch Posten nach Hause und darf zwischen 150 und 180 Euro zahlen. Teurer Einkauf. Und das nur wegen einer dummen Batterie, obwohl er das Geld da hatte. Batterie oder Glühbirne? Ja, Glühbirne, Entschuldigung. Ich komme hier nicht raus. Ich save dich. Ich habe mich selber gesaved. Aber ich habe letztens auch was gewidnest. Ich bin mir nicht komplett sicher, aber das war das Idiotischste, was ich je gesehen habe. Was denn? Ich bin mir zu 80% sicher. Ich habe gesehen, wie eine Frau drei Bananen und eine kleine Tomate geklaßt hat. Ja, kommt auch vor. Das ist richtig dumm, weil sie war noch an der Kasse vor mir und hat, das ist halt dieser Zigarettenautomat, ne? Und die hat sich halt dort eingestellt, hat halt zwei Zigaretten-Dinger geholt und hat 20 Euro im Endeffekt mit Zigaretten bezahlt. Und ich war halt hinter ihr. Aber anstatt, dass sie dann zum Ausgang gegangen ist, ist sie dann Richtung Eingang von Obtsabteilung und sowas gegangen. Hat dort einmal kurz rüber gegriffen und dann habe ich halt nicht mehr hingeschaut. Und habe halt meine Sachen schon mal eingeräumt. Und dann gucke ich beim nächsten Mal wieder hin und auf einmal hatte sie drei Bananen und eine kleine Tomate in der Hand und läuft raus. Und die lief dann auch vor mir noch ein gutes Stück Weg vor mir, wo ich gesehen habe, das ist definitiv drei Bananen und eine Tomate. Ich werde dann zu ihr hingelaufen, also ich habe dich erwischt. Wir bräuchten, glaube ich, noch einen Phoenix, wie die Kito kann und das ist der Einzige, der fliegen kann. Aber warte, da hinten ist auch nochmal ein Phoenix. Hat der noch? Ja. Okay. Dann der Plan ist, wir machen Speedrun, alle Artefakte noch einmal holen, damit wir dann den Boss klatschen können. Dann gehen wir rüber zum blauen O wieder mit dem... Ich habe bloß halt alles verloren, ne? Ich bin doch in Lava gefallen. Ich habe gerade auch keine Waffen. Wir gehen einfach nur mit den Dingern. Dann flieg mal vor, weil ich nicht weiß, wo lang. Das Erste, da wirst du mich hassen, aber da weiß ich auch noch nicht ganz, wo es ist. Ich weiß nur ungefähr, wo es ist. Die anderen drei sind einfach... Und mit den Dingern sind wir schnell unterwegs, ey. Oh. Ist nicht hier... Oh doch... Oh, wurde sogar zu... Ja, hier war die Höhle, ja. Ja, hier ist eine Höhle, okay. Und jetzt sollte ich hier, glaube ich... Okay, das sieht komplett anders aus. Meine Stimme, Alter, what the fuck war das denn? Die war auf einmal einfach weg. Ja. Das ist die Höhle, doch. Die gehört kurz zum alten Mann. Was ist das? Ich habe keinen Plan, Alter. Ich dachte, ich wüsste, wo wir sind, aber das ist, glaube ich, eine andere Höhle. Kann das sein, dass es die, wo wir schon mal waren? Nee. Und dann sollte hier unten irgendwie so eine komische Wand sein im Blau, wo man nicht durchgehen konnte. Ja, siehst du? Was Lava sind denn? Also Kristalle. Ich habe das noch nie gesehen. Okay, das ist auch schon eine Weile her, aber deine Erinnerungsvermögen ist nicht gerade das Beste. Halt mal ausschauen nach so Menschen gebaut. Das ist eine Brücke oder keine Ahnung, eine Wand oder ein Pimp. Aha. Junge, du hast mich runtergebackt. Ah, hier sind Spinnen. Hä? Oh, True. Dreh dich um. Ah. Beiß sie, weiß sie kaputt. Was sind meine Phoenix? Wie zum Teufel ist dieser hochgekommen. Wo ist sie? Ach, da. Oh, Alusaurus. Oh, zwei. Zwei Alusauren oder zwei Alusaurusse? Zwei Alusaurussen. Mach die Russen weg. Ah, die Alina-Russen. Sollen wir sonst einmal straight zu den anderen einmal rüber? Ja. Und dann den hier auf den Weg zurück mitnehmen? Ja. Okay. Letztendlich ließen wir dieses Artefakt erstmal zurück und kümmerten uns um die anderen. Denn unsere Phoenixe würden schon bald verhungern. Wo bist du? Bei der fliegenden Island. Komm mal, da duhst du vorbei. Guck mal nach rechts. Wir müssen von hier unten einmal runter. Und unten ist ein fetter Durchgang, wo man von unten rein kann. Ein fetter Durchgang? Yes. Wenn ich wenigstens was sehen könnte, aber es ist so dunkel. True. Wir müssen was beleuchten. Ups. Ich komme. Ich habe einfach den Weg entlang. Ich glaube, ich weiß mehr oder weniger. Ist ja eine Pilzhöhle, ja? Wir sind hier in der Floating Island drin. Wir sind in Half-Aberation. In Half-Aberation, Alter. War da hier, glaube ich, auf der linken Seite, maybe? No, he's not here. Wahrscheinlich ist einfach nur nicht gespawnt, aber ich glaube, das ist hier. Das ist das gleiche Problem wie bei den letzten Malen. Warum spawnen die immer so spät? Vielleicht muss ich es dir suchen. Weil ich denke halt, dass es hier drüben ist. So ein Phoenix ist eigentlich schon was krasses. Ein Phoenix. Ist halt auch fein, weißt du. Ein schöner Pilikito. Ich habe kein Pilikito, Mann. Letztens, wo wir aufnehmen wollten, aber du nicht drauf kamst, da habe ich ihn, glaube ich, benannt. Hier hätte ich jetzt eigentlich das Ding gedacht. Aber? Aber es sind keine Katzen in Amerika. Und wenn du weißt, woher das kommt, dann bin ich stolz. Was? Es gibt keine Katzen in Amerika. Ah, aus Pfeife. Yes. Leute, das war gerade nur geraten. Ich bin eigentlich schlau, Jungs. Bist du aber auch blau? Wenn ich schlau löse, ja. Du machst was falsch. Ich glaube, du suchst an der falschen Ecke. Bro, there's no way. It should be here. Da ist es. Der scheiß spawned einfach. Da wollte ich gerade hingehen. Du warst am falschen Ort. Itoku, ich schlag dich. Wirklich, Alter. Das ziehst du bei jedem Outerfuck durch. Nein. Nein. Nur dort, wo ich weiß, wo der ist. Weil vorhin warst du auf der anderen Seite, wo es rot war. Du warst im Rotviertel, Alter. Du warst im Rotlichtviertel. Deswegen kamst du zu spät zur Aufnahme. Ich verkehre gerade noch, Micky. Ich habe Verspätung. Gibt es keine Überweise. Mach Screenshots. Nicht löschen. Next one is super easy. Und der ist sogar relativ weit unten. Wir müssen eigentlich, warte. Hier lang. Siehst du den Hund unten? Am Wasser reflektieren. 15 Kilometer unter uns. Ich bin nicht hier runter. Yes. Ich komme. Da müssen wir hin. Zu diesen fetten Eisdienst. Und dazwischen ist irgendwo dann hinten das Artefakt. Ernsthaft? Yes. Aber höchstwahrscheinlich müssen wir jetzt wieder warten. Es ist spawned. Da leuchtet es auf jeden Fall. Yes. Oh, nee. Da ist es. Yeah. Easy. Easy. Look at this. First try on alles. Das Artefakt hat einfach hier schon auf uns gewartet. Das ist mein Lieblingsartefakt jetzt. Dann müssen wir jetzt wieder raus. Und die nächste ist in der Ice Cave drin. So ähnlich wie die eine, die wir gemacht haben, wo wir tauchen mussten. Aber diesmal müssen wir nicht tauchen. Da war auch ein bisschen zu viel verlangt. Im Sudan, Junge. Im Sudan? We friends, though. Nein. Oh mein Gott, ich werde sterben. Bist du runtergesprungen? Ja. Ich habe es überlebt. Ich bin nur abgerutscht. Ich rutsche gleich auch ab an dein Gesicht. Wieso bist du so? Horny? Ja. We friends, though. Junge, ist schon wieder telefoniert worden. Das bedeutet, dass die Entrance hier in der Nähe ist. Die soll mich mal hier nicht abfacken. Ich habe Standbe... Oh mein Gott, Alter. Ich habe kurz nur behindert. Oh nein. Ich rede hier, ich stand ein Bild aus. Wie viel Terminal hast du, Junge? Weil wir verbrauchen, das war viel. Noch habe ich ein bisschen. Allerdings ist er schon am Verhungern. Verhungern wird kacke für dich, ja? Irgendwie habe ich dich verloren. Einfach nur dem Fuß des Berges. Ah ja. Ey Berg, zeig mal Fuß. Hier irgendwo muss Eingang sein, wo man kann gehen rein. Oh wait, ist das hier eine Höhle? Ich glaube, ich habe es... Ach so, das hier. Ja, das hätte ich auch sagen können. Guck mal, was machen die da alle auf Einschlag? Junge, die Armee. Ich glaube, wir müssen die erstmal raiden. Einmal kurz klappen. Oh ja. Kurz leveln. Junge. Oh nein, die haben Babys. Schnell. Bevor es dann eine tragic evil story hat oder sowas. Eine wilden Arc hat. Wer soll die haben? Die Babys, die wollen sich dann rächen. Guck mal, hier ist noch ein. Das müssen wir auch töten. Bevor sie sich an uns rächen wollen. Oh Junge, die Affen sind krass. Bro, du kannst mich da nicht einfach so rein teleportieren. Hab ich? Oh nein, er regeneriert kein Stamina mehr. Haha. Das ist nicht gut. Wird wohl ein bisschen dauern, bis du nach Hause kommst, na? Ich nehme dann deinen und teleportiere dich hinterher. Klingt nach einer smarten Idee, ja? Rechtsrum. Rechtshalten ist gut. In diesem Falle ich in der Cave, wenn man zum Motherfuck gehen will. Nicht in anderen Szenarien daneben. Da ist es meistens ein bisschen dümmlich. Äh, ich glaube, ich bin da. Ich glaube, der spawnt hier. Aber kann auch sein, dass er doch da oben ist. Jetzt, ich werde aber gleich ein Problem haben. Why? Keine Ahnung, habe ich irgendwie so ein komisches Gefühl. Ah, ja, spring runter in dein Verderbnis. Ich bin gestorben. Wie? Mir war kalt. Oh, sch***. Ich bin noch und jetzt schlippst du gleich nochmal. Verpiss dich, du Dreckswolf. Ich bin bei deinem Phoenix. Falls du sterben solltest, wirst du zu mir teleportiert. Aber ich bin auch Half-Life. Da. Ist dein Phoenix so. Wo ist mein Phoenix? Der ist direkt neben dir. Der ist er doch. Ich sehe ihn nicht. Steig du auf. Nimm du ihn. Ich nehm den. Der hat kein Dings mehr. Oh mein Gott, ich werde verrecken. Ich bin schon unterhalb. Siehst du ihn jetzt oder fliege ich auf nichts? Ja, jetzt sehe ich ihn. Verdammt. Ich glaube, wir müssen raus aus der Cave einmal. Also dann sterben wir. Ich kann auch einmal kurz probieren, den zu finden. Das ist so blöd, dass die Sachen erst danach spawnen. Hier ist er doch. Oder? Ne. Ist er das? Ne. Stacey, you can't just say you're just not a girl for me. I know it might be wrong, but I'm another thing. Ich fliege nochmal dorthin. Er speedet mich. Oh nein. Weil er jetzt auch am hungern ist. Echt? Ja. Er ist da. Jetzt ist es hier. Jetzt ist es von Anfang an. Ich starte eine Petition, Alter. Gegen? Gegen dich? Komm, let's go. Jetzt fehlt mir doch das What the Fuck, wo wir das nicht gefunden haben in der Cave. Dann fahr schon mal. Du kannst währenddessen deine Videos auf dem Handy gucken und ich teleportiere dich oder was? Nein, das ist eigentlich nicht der Plan. Doch, das war's. Ich habe gerade gehört, wie du dich hingerichtet hast und du es zur Seite gepackt hast. Nein, habe ich nicht. Ich habe es immer noch in der Hand. Ich bestelle mir mal was zu essen. Dann bestell mir auch was. Junge, das wird so lange gebrauchen. Oh mein fucking God, Junge. No way. There's no way. Ne, jetzt geht es permanent runter. Jetzt geht es noch langsamer. Oh mein Gott. Jetzt einmal kurz so weit nach oben, wie ich kann und dann parachute ich. Oh, okay. Ich bin da oben angekommen. Es ist zwar immer noch langsam, also es ist ein bisschen schneller, glaube ich. Eventually springe ich jetzt gleich da unten ins Wasser und dann renne ich den Rest. Ich glaube, jetzt bin ich über Wasser. Okay, das war dumm. Ich bin gesprungen. Okay, ich bin auf dem Bein. Ich laufe. I'm slow as fuck. You're not slow. You're CPing me. Oh, das ist gut. Das ist scheiße. Du warst nicht auf den Phoenix drauf, oder? Nein, ich bin gerade runtergesprungen. Ja, und dein Phoenix ist natürlich der Bessere, du A*****. Nein, warum? Du hattest doch sogar den Peliquito. Jetzt müssen wir unsere Reise zu Fuß antreten, mein Freund. Haben wir denn zu Hause überhaupt noch was stehen, was fliegen kann und klein genug ist, um in eine Cave reinzufliegen und so? Nachi. Denn die letzte Cave beinhaltet ein Jump'n'Run und darauf hatte ich erst recht keine Lust. Ich sehe schon unseren Giga, unsere Base. Ich werde gerade angerufen. Dann gehe ich mal ganz kurz einmal auf Klo. Ich rufe ihn zurück und dann können wir gleich weiter direkt. Solange rede ich ein bisschen. Und während ich auf Klo ungefähr sowas gemacht habe, hat die Toku neues Leben zur Welt gebracht. Guck mal, was ich hier habe. Oh. Als ob nur einfach zwei Bittes. Die Willinge. Nicht nur das, auch den hier. Ein Lightning-Waivern. Was ist dieses Ceratosaurus? Ist das wieder Giga? Der macht Gift-Schaden tatsächlich. Den können wir danach beim Bossverdanklich mitnehmen. Oh nein, Alter. Hol den hier raus. Ich bin in ihm drin. Ich bin gerade wie Jim Carrey im A***** von einem Reno drin. Ich bin in ihm drin. Help me! Kann das sein, dass der Archie, der bei der Cave, der Ice Cave oben so ist? Kann sein. Ich sehe den hier gerade nicht. Junge, was machst du? Ich habe einen der Zwillinge versehentlich getötet mit dem Laserstrahl. Du hast beide getötet. Einen? Ah, nee. Wieso kann ich meine eigenen Viecher damit töten? Das ist blöd. Junge, warum machst du es danach noch mit Absicht? Junge! Stop it! Der Tüter! Kann ich die Tüter damit töten? Ja! Sag mir, was du siehst. Markus Rüh. Und wir los? Was machst du da? Was hast du gerade getötet? Wir kennenlos nichts. Ich habe nur kurz auf den Baum gehauen. Du wirst mit denen aber in der Cave nicht passen, ne? Wenn ich nicht damit durchkomme, kommst du auch nicht durch. Ich lasere dich weg. Entscheide selbst, ob ich durchkomme oder nicht. Doch, doch. Du wirst durchkommen. Du wirst teleportiert. Ah! Hallo. Die Toko? Ja. Kannst du bitte fliegen? Ich stecke in deinem... Danke. Yes. Ich habe es. Nice. Oh, hello. Da passt du jetzt noch nicht durch. Eventually wirst du gleich geportet. Oh mein Gott. Du bist... Yes. Das ist ein Auftrag. Oh mein Gott. Ah! Oh, ich habe es raus geschafft. Frage ist, ob du jetzt noch mal geportet wirst oder nicht. Ne, ich bin jetzt hier gerade completely stuck. Ich bin actually jetzt praktisch in der Nähe. Aber ich muss einen anderen Weg nehmen. Stacke! Vielleicht wirst du irgendwann teleportiert. Okay, ich bin sofort da bei einer Autofakt. Ich hoffe, dass ich da hochklettern kann. Und ich hoffe, dass er da ist. Hier ist jetzt so ein blödes Jump'n'Run. Aber das will ich nicht machen. Deswegen habe ich den Tüler mit. Ja, du hast es fast. Ja. Sei hier. Das Artefakt ist hier. Ich habe es. Nice, sir. Got it. Wir haben alle Artefakte. Wir müssen jetzt eigentlich nur noch dem Boss klatschen. Na, wird's bald. Ich bin schon auf dem Weg weg. Der Weg ist nicht so kurz, wie du denkst. Der ist länger als dein Schlung. Es sollte jetzt gleich da sein, wo du wahrscheinlich stuckst. Yes. Hello. Hello. Äh... Nein, nein, nein. Mach das bloß nicht. Versuch mal hoch zu fliegen. Danke. Lauf, lauf. Was macht der denn hier am Eingang? Oh mein Gott. Ich gehe lieber... Ich wusste, dass das kommt. Ab nach Hause. Ich habe so das Gefühl, dass der Boss-Fight gut laufen wird. Hör auf! Du triffst mich fast. Alright, boy. Wir haben alle Artefakte. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf Artefaktos. Damit können wir jetzt zum blauen Obi. Unsere besten... Ich glaube, das sind 20 Dinos mitnehmen und dann den Boss-Fight machen. Also, welche möchten wir wählen? Also, der kommt mit. Die hier brauchen wir nicht, oder? Rhino und so. Der ist eigentlich zum Healen, aber... Kann ich da jetzt einmal reinlasern? Nein, warte. Ich will den Versoulasus hier einmal mitnehmen. Okay. Der kommt mit. Nein, was? Warum? Das hast du gemacht. Ich habe gar nichts gemacht. Die folgen nicht mir. Ich habe aber nichts gemacht. Ach, hier ist der Archie. Gefunden. Und Kacke lebt auch noch. Der ist einfach Kacke. Wird das nicht so geschrieben? Nein. Dann war ich knapp dran. Junge, du warst mehr daneben als dran. Nein. Hä? Habe ich das wirklich so geschrieben damals? Okay. Es reicht, Junge. Es reicht. Wie viele Viecher haben wir? Ich weiß nicht. Wir haben ein gutes Stück verloren unterwegs. Gucken wir mal, was ich mitgebracht habe. Are you ready? Yeah, yeah. Wir sollten nicht drauf sein beim Reiten. Gibt es den Bug immer noch? I guess, yes. Was ist hier passiert? Oh, what? Oh nein. Mal gucken, wer jetzt dabei ist und wer nicht. Ein Team ist zu viel. Es ist ein Team zu viel. Wo weißt du das? Weil dort dann so ein Ding ist. So ein Totenkopf. Und auf in den finalen Kampf. Wo nur die Stärksten überleben. In der Arena der Ark-Götter. Alright, boy. Get ready. Wo ist Kacke? Ah, hier ist Kacke. Nee, hast du meinen Weibern gesehen? Nee, der wurde nicht mitgenommen. Oh, schnell. Das ist schlecht. Hallo auf den Hafen. Oh mein Gott. Die besten Viecher sind nicht mitgekommen. Da sind voll viele nicht mit. No. There is no way. There is no way. That's it. That's it. Das ist nur noch der Tericino da. Ich hau mit der Axt drauf. Ich laufe hier weg. Oh mein Gott. Die Tugf ist noch am Leben. Ich kann nicht draufsteigen. Oh mein Gott. Was ist das für eine weirte Arena? Ich kann hier voll viel Slowness. Warum kann ich nicht auf den Thericino aufsteigen? Weiß ich nicht. Der lässt mich nicht. Oh mein Gott. No way. Ja. Wie lange hält noch durch dein Dings? Weiß ich nicht. Der ist noch ein Thericino. Der ist noch ein Thericino. Der fightet gerade noch gegen... Wieso bin ich so geslowed? Wahrscheinlich bist du overrated. Nein. Du hast ihn komplett abgefarmt, oder? Nee. Keine Ahnung. Wir haben es geschafft! Wir haben gewonnen. Der Theric hat es einfach von alleine gemacht. Und jetzt kann ich draufgehen. Ja und der Theric hat den anderen gemacht. WTF? Das war der dümmeste Bossfight, den ich immer ein Leben gehabt habe. In einem Videospielen ever. Es kam die Hälfte nicht durch. Ich habe fast gestorben an dieser Brotwutte. Ich dachte so, okay, alles stirbt. Alles stirbt. Gott sei Dank hatte der hier 20.000 HP. We did it, though. We're friends, though. We're friends, though. Und Titoco, wie fühlst du dich? Ja, befreit. Der Server wird jetzt beendet, oder? Ja. Laser! Wie kann man nochmal glauben? What the hell? Bist du gestorben? Ja. Instant. Sofort. Same. Du auch? Ja. Ja.